Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 8. November 2018. Ihr hört die Geek Talk 499 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Microsoft Lounger, Facebook Messenger, USB-C, gefaltet und To-Do. Ich beginne mit dem Microsoft Lounger. Das ist ja mein Lieblingslounger für Android-Devices. Nach ca. einem Monat mit dem neuen Gerät klatsche ich den oben drauf, weil ich es einfach mag. Weil ich die Dienste von Microsoft nutze. Office 365, die ganzen Unter-Apps, die dazugehören etc. Und neu ist da jetzt dazugekommen die von Windows 10 bekannte Timeline mit den ganzen Informationen und Geschichten, die ihr da so mit drin habt. In Deutsch heisst das Ganze natürlich Zeitachse und noch viel, viel überraschender ist, was ist da? Cortana auf Deutsch lässt sich jetzt nutzen und zwar sogar als Standard-App einstellen für Sprachassistenten auf Android. Endlich kriege ich dieses Google Assistant raus. Da freue ich mich schon drauf und das Update wird installiert. Der Facebook Messenger in der letzten Woche kam heraus, der Messenger in der vierten Version. Und da hat Facebook einiges an der Optik geschraubt. Doch nicht nur das, es wurde auch an den Funktionalitäten ein bisschen was geschraubt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, innerhalb von 10 Minuten, nachdem das Message-Teilchen, was ihr verschickt bei eurem Freund, Kollegen, Bekannten, wo auch immer angekommen ist, wieder zu löschen. Ein Ding, was man von WhatsApp schon länger kennt, dann steht dann plötzlich in der Konversation vom Nutzer oder vom Kommunikationspartner gelöscht. Und solche Geschichten finde ich eher unschön. Aber ändern eher, aber auch das nicht. Ich meine, wenn man was rausposaunt, was nicht passt, dann hat man das Hirn nicht eingeschaltet, dann sollte man es anders angehen. Ansonsten kann man es einfach korrigieren über den Text in der nachfolgenden Message. Es gibt jetzt offizielle Antworten von Apple. Man hat ja schon angekündigt, man kann ans iPad Pro über den USB-C Anschluss. Da freuen sich immer noch viele darüber. Diverse Geräte anschliessen. Diverse ist übertrieben. Zwei Geschichten vor allem. Eine Kamera direkt anschliessen zum Übertragen der Bilder. Oder ein Display anhängen. Beim Display geht alles bis und mit 5K. Da müsst ihr aber ein bisschen drauf schauen, dass der richtige Stecker und alles mögliche dabei ist. Sonst geht es dann schnell mal auf 4K runter und so weiter. Muss man sich genau anschauen, bevor man sich da groß einprobiert. Und natürlich auch auf der Monitorseite. Es geht nicht gerade ein jeder. DisplayPort ist zum Beispiel die Voraussetzung dafür. Auch haben bekannt gegeben, dass es Docs-Lösungen geben wird, die unter anderem Ethernet-Adapter drauf haben. Also ein Ethernet-Port. Die Schnittstellen für SD und Micro-SD-Kartenleser und solche Geschichten haben. Ich bin schon sehr gespannt, ob die auf dem Pogipsi.ca-Blog vorgestellten Hubs darauf funktionieren werden. Oder damit besser gesagt. Gestern war es soweit Samsung hat aktuell Hausmesse in, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, New York. Und da haben sie einige neue Geschichten gezeigt, dass es um KI geht und so etwas, wie es halt heutzutage üblich ist. Und sie haben eine Ansage, die sie dieses Jahr gemacht haben, wahr werden lassen. Sie haben nämlich gesagt, sie werden in diesem Jahr noch faltbares Smartphone zeigen. Und das haben sie jetzt eben getan. Basierend ist das Ganze auf Google Android. Macht ja Sinn, weil ihre ganzen Telefonate, also Smartphones auf dem System laufen. Sehr spannend ist, dass Google gleichzeitig an der Entwicklung, an der Konferenz verlauten ließ, dass man per nächsten Jahres faltbare Displays unterstützen möchte. Da muss natürlich Google ein paar Dinge ändern und anpassen. Aber das könnte spannend werden. Und ja, wie es halt so ist bei diesen neuen Technologien, neuen Geschichten. Da muss zuerst mal ein grosser kommen und das vormachen. Und dann machen es alle in die Richtung. Wir dürfen gespannt sein. Mit Microsoft habe ich begonnen. Mit denen möchte ich auch aufhören. Einen schönen Beitrag gab es auf drwindows.de. gibt es doch sicherlich einige unter euch Hörer, die neben dem privaten Office 365 auch einen Business Account haben von der Firma her und solche Geschichten. Und da, wenn man die App to do nutzen möchte und das natürlich systemübergreifend, war das bis jetzt immer eine Qual. Man hatte entweder die Möglichkeit, über die Business Geschichte zu gehen oder über Privat, aber nicht beides zu mischen. Und das wird nächstens aufgehoben. Denn anscheinend ist da, ja, das nächste Feature schon in den Startlöchern und es wird zu einem Multi-Account-Lösung kommen. Gefällt mir. Und ja, mal schauen, wo sich die App noch weiterentwickeln wird. Das waren die Neuigkeiten, die ich heute habe für euch zusammengekratzen können. 499 Folgen Geek Talk Daily haben wir heute. Wir würden uns freuen über die eine oder andere Rückmeldung, Kommentar und solche Geschichten über iTunes, über Plattformen, die man für das Podcast nutzen kann, aber natürlich auch bei uns im Blog oder über Social Media. Wir sind gespannt, was ihr so zu berichten habt zu unserer 499. Morgen kommt sie. Die schon Anfangswoche angekündigte 500. Logischerweise. In diesem Sinn, besten Dank fürs Zuhören. Euch einen erfolgreichen Tag. Bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.